Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute wieder gemeinsam auf die theoretische Führerscheinprüfung vorbereiten. Dazu zeige ich dir 30 originale Fragen aus deiner theoretischen Führerscheinprüfung. 3 und 5 Fehlerpunkten geben, haben wir mehr als 10 Fehlerpunkte falsch, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Haben wir zwei Fragen, die jeweils 4 Fehlerpunkte geben, wie diese Frage zum Beispiel, gilt die Prüfung auch als nicht bestanden. Wir sollten die Prüfung innerhalb von 45 Minuten bestehen. Das ist machbar. Ich lasse jetzt einfach mal die Fragen und Antworten laut vorlesen und dann überlegen wir mal, was denn da richtig sein könnte. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden, wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht? Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert, wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt. Okay, das muss man sich vorstellen, was das Ganze bedeutet. Wenn Gegenverkehr auftaucht, ganz klar, du fährst eine Landstraße entlang, überholst einen, auf einmal kommt Gegenverkehr, dann muss der Überholvorgang unter Umständen abgebrochen werden. Wenn der Eingeholte, also sprich der, den du überholen möchtest, seine Geschwindigkeit stark verringert, also langsamer wird. Das wäre ja gut für uns, weil dann kommen wir besser an dem vorbei. Wenn er seine Geschwindigkeit allerdings plötzlich erhöht, also beschleunigt, dann liefert er sich sozusagen ein Rennen mit uns. Und dieser Überholvorgang kann sich halt natürlich dementsprechend ein bisschen in die Länge ziehen. Also das wäre natürlich auch blöd für uns. Das Kreuz den Wagen gibt fünf Fehlerpunkte, also eine sehr wichtige Frage. So, drei Fehlerpunkte. Ein Video, wir fahren mit knapp 30 Straßenschäden. Da kommt der LKW entgegen, von rechts wird gleich ein Hund auf die Straße springen. Was wir nicht tun sollten, ist jetzt das Lenkrad verreißen oder eine Vollbremsung machen, weil hinter uns fährt natürlich ein Fahrzeug. Das würde uns direkt reinfahren, der lässt auch relativ wenig Abstand. Und wenn du da am Lenkrad irgendwie rumreißen würdest, rechts ist der Graben, links fährt der LKW. Also beides Mist. Ja, tut uns natürlich sehr leid, aber dann ist der Hund halt Matsch. So, wie verhalten wir uns richtig? Ich weiche nach rechts aus? Nein. Ich weiche nach links aus? Nein. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Das gleiche Video gibt es noch einmal. Da fährt keiner hinter uns. Ich schaue mal ganz kurz. Wir haben ja hier noch zwei Videos, in denen ich beantworte mal kurz die Frage. Wir haben hier noch zwei Videos. Es kann nämlich sein, dass da das andere Video auch noch kommt. Ist aber leider nicht der Fall. Also wie gesagt, das gleiche Video gibt es noch einmal ähnlich. Da fährt keiner hinter uns. Und da wird eine Gefahrenbremsung gemacht. So, was haben wir noch? Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt. Okay, ich denke auch das muss man sich ein bisschen verbildlichen. Dann wird das Ganze vielleicht etwas offensichtlicher. Also wir fahren, ja, außerorts auf einer Landstraße. Also sprich, wir haben hier zwei Fahrstreifen. Das sind wir. Wir wollen hier den LKW überholen. Und es kommt, was kommt hier? Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. Die Entfernung von uns zu dem wird zu groß eingeschätzt. Das würde bedeuten, wir gehen davon aus, dass er noch sehr, sehr weit weg ist. Aber dabei ist er näher, als wir denken. Also die Entfernung, die wir einschätzen, wird zu groß eingeschätzt. Und das könnte gefährlich für uns werden. Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt. Nein, damit ist gemeint, wir denken, dass wir für diesen Überholvorgang, sagen wir mal, 150 Meter brauchen. Und dabei brauchen wir nur 100 Meter oder sowas. Und das wäre natürlich positiv für uns. Deswegen kreuzen wir das nicht an. Die letzte Frage ist praktisch genau das Gegenteil. Wir schätzen, wir brauchen 150 Meter. Dabei brauchen wir 300 Meter. Und das könnte natürlich dann dementsprechend auch gefährlich werden. Also 1 und 3 sind richtig. Die Frage gibt übrigens 5 Fehlerpunkte. Alle Fragen, die du in einer Prüfung bekommen könntest 2021, die 5 Fehlerpunkte geben, also die schwierigen Fragen, habe ich zusammen mit anderen Themen für dich verfilmt im Leitfaden unter dem Video in der Beschreibung. Schau doch mal rein. Auch hier 5 Fehlerpunkte. Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen sie rechnen? Also Fragen mit Kindern ist eigentlich immer auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit bleiben. Das ist eigentlich immer die richtige Antwort. Dass Kinder mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren. Dass Kinder ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen. Dass Kinder sich immer verkehrsgerecht verhalten. Also in solchen Fällen gehen wir natürlich immer vom Schlimmsten aus. Das was uns nicht in den Kram passt sozusagen und das kreuzen wir an. Okay, das Video gibt es ja auch zweimal. In dem Fall kommt der Radfahrer von rechts. Links läuft so ein Typ, aber den müssen wir nicht beachten. Es geht ausschließlich nur um den Radfahrer von rechts. Es gibt das gleiche Video, ach Entschuldigung, es gibt das gleiche Video noch einmal. Da kommt von rechts kein Radfahrer, sondern ein Auto, welches dann nach links abbiegen möchte. Die Frage gibt auch fünf Fehlerpunkte, also auch natürlich die beiden Fragen, auch mit der Verwechslungsgefahr im Leitfaden. So, weshalb müssen wir hier warten? Wegen des Radfahrers, nicht wegen des Fußgängers und nicht wegen des grünen Pkw. Warum? Der Pkw hält die Kreuzung frei, er möchte geradeaus weiterfahren. Ist zwar auf der Vorfahrtstraße, aber er muss die Kreuzung frei halten, sonst würde er sie verstopfen, sonst könnten wir nicht drüberfahren. Ja, es hat sich halt Stau gebildet, wahrscheinlich rote Ampel, Unfall, was weiß ich. Auf jeden Fall muss er die Kreuzung frei halten. Wie sollten Sie sich verhalten? Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du deine Geschwindigkeit frühzeitig runtersetzt, damit die Fußgänger keine Angst haben brauchen, über die Straße zu gehen. Wenn du da mit 50 angeheizt kommst, dann haben die Fußgänger natürlich Angst, über die Straße zu gehen. Also schau, dass du die Geschwindigkeit möglichst früh runtersetzt. Ich habe dir ja schon hunderttausendmal gesagt, in solchen Situationen immer mit dem zweiten Gang bremsbereit hinrollen. Die Motorbremse sorgt dafür, dass das Auto langsamer wird und dass du die richtige Geschwindigkeit und den richtigen Gang für diese Situation hast. Weiterfahren, auch wenn die Fußgänger kurz stehen bleiben. Mit einem Bogen um die Fußgänger weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Also in dem Fall halt nur die erste Antwortmöglichkeit ankreuzen. Es gibt noch andere Fragen zum Thema Fußgängerüberweg. Hier musst du auch wieder darauf aufpassen. Es heißt einmal Fußgängerüberweg, dann heißt es Zebrastreifen. Okay, das ist beides genau das Gleiche. Und es wird auch so in der Prüfung gefragt. Einmal Fußgängerüberweg und einmal Zebrastreifen. Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren? Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. Ja, also im Gegenteil, habe ich dir ja auch schon mal ein paar Mal erklärt, es ist wichtig, dass du dich nicht auf den Vordermann konzentrierst, sondern so weit wie möglich vorausschaust. Wenn da vorne die Ampel rot wird, dann bist du schon im zweiten Gang, während der Vordermann noch voll auf dem Gas steht. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. Ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. Jo, das wurde ich ja auch mal in einem Livestream gefragt, was ich denke, was einen guten Autofahrer ausmacht. Das ist die letzte Antwortmöglichkeit. Also einfach, du siehst, du hast irgendwann ein Gespür dafür, wie sich die Fahrzeuge verhalten und dementsprechend kannst du halt gewisse Situationen schon vorausahnen und dementsprechend reagieren. Also du reagierst auf die Situation praktisch bevor sie passiert. Wie sollten sie sich verhalten? Okay, links die Mutter, rechts das Kind. Das Kind wird natürlich mit einem Kickdown über die Straße fahren. Wir müssen dementsprechend auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit bleiben. Was ist in dieser Situation richtig? Gefahrenzeichen? Warnt dich vor einer Kreuzung mit Vorfahrt von rechts. Also, an der nächsten Kreuzung gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links. Es gibt nur zwei Fehlerpunkte. Was soll das denn? Na gut. Sie möchten aus dem Grundstück ausfahren. Was ist richtig? Ja, was ist richtig? Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten. Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben. Ich hupe kurz, damit mich die Fußgänger ausfahren lassen. Also, natürlich müssen wir warten, bis die Fußgänger weg sind, denn wir kommen aus einer Ausfahrt raus. Wir müssen warten. Das ist wie aus einem verkehrsberuhigten Bereich zum Beispiel. Wenn du über einen abgesenkten Bordstein fährst, aus einem Feldweg, dann gilt diese Regel. Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten. Ja klar, wenn sie auf den Vorrang verzichten. Wir müssen natürlich noch nach Autos schauen, links und rechts. Oder nach Fahrrädern, Fahrzeugen. Aber ich kreuze jetzt einfach mal das Erste auch an, weil man sieht hier nur die Fußgänger. Und das ist ja auch richtig. Ich darf an den Fußgängern vorbeifahren, wenn sie dir durchwinken. Okay. So, kleines Filmchen. Die Ampel. Oh Gott. Ah, die Ampel ist aus. Okay. Das haben wir noch im letzten Stream gehabt. Die Ampel ist aus. Die blinkt gelb. Und über der Ampel haben wir ein Verkehrszeichen. Vorfahrt gewähren. Übrigens, so gut wie an jeder Ampel hängt auch ein Verkehrszeichen dran. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, schau doch mal im letzten Livestream vorbei. Gut. Worauf stellen wir uns ein? Welches Verhalten ist richtig? Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt. Ganz klar, Vorfahrt gewähren gilt. Dementsprechend hat der Querverkehr Vorfahrt. Ich warte an der Haltlinie auf die nächste Grünphase. Ja, viel Spaß. Da kannst du lange warten. Ich überquere die Kreuzung zügig, da gelb angezeigt wird. Also, wenn die Ampel gelb blinkt, dann heißt es, dass die Ampel aus ist und dann würden die Verkehrszeichen zählen. Entweder ist sie kaputt, ist halt irgendwie beabsichtigt, vielleicht sind Arbeiten an der Ampel und manchmal wird die Ampel so ausgeschaltet, wenn es Nacht ist, wenn man sie nicht braucht. Wo dürfen sie in Fahrtrichtung links parken? Oh, das ist auch eine gute Frage. In Einbahnstraßen, wo rechts das Parken verboten ist. Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind. Also, du hast hier deine Straße und normalerweise darfst du nur in Fahrtrichtung rechts parken, also immer auf der rechten Seite. So, und jetzt ist die Frage, wann darf ich denn auch links parken? Natürlich in einer Einbahnstraße, denn in einer Einbahnstraße sind ja da stehen ja beide Autos links und rechts immer in Fahrtrichtung. Das heißt, ich darf auch da auf der linken Seite parken. Wo Schienen verlegt sind. Wenn hier Schienen verlegt sind, dann ist es blöd, auf den Schienen zu parken. Das ist auch verboten. Und, und, ähm, dementsprechend darf ich dann auch auf der linken Seite parken. Also, wenn rechts Schienen verlegt sind, das ist richtig. Wenn rechts das Parken verboten ist, also durch irgendwelche Verkehrszeichen zum Beispiel oder weil hier die Feuerwehrzufahrt ist oder sowas, dann darf ich nicht automatisch auf der linken Seite parken, ja. Dann ist halt einfach das Parken rechts verboten und fertig. Dann muss ich halt woanders parken. Was müssen Sie beim Überqueren einer Vorfahrtsstraße beachten? Ich beachte die Breite der Vorfahrtsstraße. Ich beachte die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs. Ich beachte die Witterungsverhältnisse. Habe ich auch im Videokurs ganz ausführlich dargestellt. Da sind wir rausgegangen an die Kreuzung mit der Kamera, habe gefilmt, die Straße. Wenn zum Beispiel Witterungsverhältnisse, du hast irgendwie eine kalte Fahrbahn, vielleicht ein bisschen Schnee oder sowas, dann drehen die Räder eventuell durch. Das heißt, es kostet mehr Zeit, die Kreuzung zu überqueren. Und das musst du natürlich auf jeden Fall wissen und dementsprechend ankreuzen. Sie wollen aus einem Grundstück über den Gehweg auf die Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Okay, das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Wenn du aus einer Ausfahrt zum Beispiel rauskommst. Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden. Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich. Also das würde bedeuten, irgendjemand steht draußen auf der Straße. Und winkt dir, wenn frei ist oder sagt dir, hey stopp, da kommt ja noch der Radfahrer von rechts. Bleibt nochmal kurz fünf Sekunden stehen. Das ist ein Einweiser. Wenn du übrigens den Führerschein Klasse BE machst, also mit Anhänger, dann darfst du auf jeden Fall keinen Millimeter rückwärts fahren, ohne einen sogenannten Sicherungsposten zu verlangen oder Einweiser. Du siehst nach hinten nicht raus mit deinem Anhänger. Und dementsprechend stellt sich dann der Fahrlehrer draußen hin und winkt dir, wenn frei ist. Aber das musst du auch verlangen. Fährst du in der Prüfung einen Millimeter rückwärts, ohne den Sicherungsposten verlangt zu haben, ist die Prüfung sofort zu Ende. Immer zuerst auf den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn achten. Ja, wenn das schon immer steht, dann ist es auch schon mal falsch, weil du musst natürlich auch die Radfahrer und Fußgänger, die aus dem Gehweg oder Radweg fahren, dementsprechend zuerst gehen oder fahren lassen. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen? Ich sollte bei längerem Warten den Motor abstellen. Bahnübergang zum Beispiel. Ich sollte bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen. Das solltest du machen. Ich sollte auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten. Ja, gut. Ist sowieso innerorts verboten in Deutschland. Wenn sich die Polizei aufhält und sie fragen dich normalerweise immer, woher kommen sie, wohin fahren sie und dann sagst du, ja, ich fahre einfach nur zum Spaß hin und her. Das ist innerorts in Deutschland verboten. Du brauchst einen Grund dafür. Genau, bei längerem Warten den Motor abstellen. Da habe ich letztens irgendwas gelesen. Da hat angeblich ein Fahrlehrer seinem Fahrschüler beigebracht, an das Stoppschild hinzufahren, den Gang rauszunehmen, 1, 2, 3 zu zählen und den Gang dann wieder einzulegen. Absoluter Blödsinn. Ja, das musst du auf gar keinen Fall machen. Du musst am Stoppschild einfach nur an der Haltelinie oder Sichtlinie anhalten. Fertig. Wie lang? Egal. Aber du musst nicht bis 3 zählen oder sowas und schon gar nicht irgendwie den Gang rausnehmen. Dann geht der Motor aus und dann machst du den Motor wieder an nach 3 Sekunden. Also was soll das denn? Kann ich mir nicht vorstellen. Also man muss irgendwas missverstanden haben. So, welches Verhalten ist richtig? Wir haben eine abknickende Vorfahrtstraße. Wir befinden uns nicht auf der Vorfahrtstraße. Das heißt, der Motorradfahrer hier hat Vorfahrt. Obwohl er links abbiegt, hat er Vorfahrt, weil er auf der abknickenden Vorfahrtstraße ist. Übrigens, abknickende Vorfahrtstraße auch ein großes Thema im Leitfahren. Ja, wir müssen warten. Der Motorradfahrer darf zuerst fahren. Welches Verhalten ist richtig? Okay, okay. Sehr schön. Rechts vor links. Von rechts kommt keiner. Wir wollen rechts abbiegen. Der Radfahrer fährt geradeaus. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Ja, logisch. Ja, der fährt ja eh schon vor uns. Also, wir passen dann halt die Geschwindigkeit so an, dass wir hinter dem Radfahrer bleiben. Ganz klar. Der blaue LKW darf zuerst fahren. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. Nein. Okay. Also, wir lassen den Radfahrer durchfahren. Und dann schauen wir nochmal rechts in den spiegeltoten Winkel. Und dann können wir natürlich auch abbiegen. Da geht es halt um den Vorrang. Ja, wir wollen abbiegen. Der Radfahrer fährt geradeaus. Wir müssen dem Radfahrer Vorrang gewähren. So, welches Verhalten ist richtig? Abknickende Vorfahrtsstraße. Der Motorradfahrer und wir befinden uns beide auf der abknickenden Vorfahrtsstraße. Der Motorradfahrer folgt der abknickenden Vorfahrtsstraße. Wir wollen sie verlassen. Wir kreuzen uns mit dem Motorradfahrer. Das heißt, wir müssen warten. Der Motorradfahrer darf zuerst fahren. Fünf Fehlerpunkte. Ganz klar. Ganz wichtige Frage. Abknickende Vorfahrtsstraße. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen? Das ist auf jeden Fall ein Geburtszeichen und sagt dir, was du tun musst. Ich darf auch nach links weiterfahren. Ich darf nur nach rechts weiterfahren. Ich muss rechts blinken. Ja, also wir müssen nach rechts weiterfahren. Und wir müssen auch rechts blinken, soweit ich weiß. Jetzt pass auf. Wir müssen auch rechts blinken, weil wir rechts weiterfahren. Dieses Verkehrszeichen gibt es allerdings auch in einem Kreisverkehr, wie du vielleicht schon mal gesehen hast. Das steht dann hier, hier und hier. Was dir sagt, zack, hier rechts daran vorbei. Oder hier rechts. Und du weißt ja, dass du in einen Kreisverkehr nicht rein blinken darfst. Das ist dann nochmal eine Extra-Regel. Das sagt dir dann aber dieses Verkehrszeichen mit dem... Diese Verkehrszeichenkombination sagt dir, dass du nicht in den Kreisverkehr rein blinken darfst. Und das sagt dir, dass du blinken musst. Also dann zählt, ja, du darfst halt nicht in den Kreisverkehr rein blinken. Aber soweit ich weiß, wenn nur dieses Verkehrszeichen dasteht, dann musst du blinken. Wir werden es eh gleich sehen. Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten? Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken. Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist zu blinken. Nein, du darfst nicht in den Kreisverkehr rein blinken. Würdest du hier nach rechts blinken, dann würde der denken, dass du hier rausfährst. Aber dabei willst du die Ausfahrt erst bei der zweiten verlassen. Und das würde natürlich dann hier zum Unfall führen. Also, das kreuzen wir auf gar keinen Fall an. Okay, das war der Grundstoff. Jetzt geht es weiter mit dem Zusatzstoff. Diese Fragen bekommst du nur, wenn du den Autoführerschein machst. Die hinteren Beleuchtungseinrichtungen ihres Kraftfahrzeugs sind verdeckt. Was ist zu tun? Technik. Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist nur bei Fahrten, bei Dämmerung oder Dunkelheit anzubringen. Okay, wenn er schon nur steht, dann ist es schon mal falsch. Du musst dir bedenken, dein Bremslicht und die Blinker sind auch abgedeckt. Die brauchst du natürlich auch tagsüber. Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist in jedem Fall anzubringen. Ja. Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist nur bei Strecken über 5 Kilometer anzubringen. Ja, Blödsinn. Also, der Hintermann muss natürlich auch wissen, wenn du abbiegen möchtest, dass du langsamer wirst. Bremslicht, Blinker und sowas. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, damit du mit den anderen Fahrzeugen kommunizieren kannst. Okay, Video 5, Federpunkte. Wir fahren außerorts mit knapp 100 auf einer Landstraße. Es geht um das Fahrzeug, das von rechts kommt. Das sieht uns etwas schlecht, weil wir es auch schlecht sehen. Und der wird höchstwahrscheinlich gleich auf die Straße fahren, obwohl wir natürlich auf der Vorfahrtstraße sind. Okay, ich mache es nochmal ganz kurz groß. Also, blaues Fahrzeug, wir sind auf der Vorfahrtstraße und wir werden jetzt auf jeden Fall die... Weil eine Geschwindigkeitsbegrenzung... Nein, nein, okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Warum müssen Sie in dieser Situation bremsbereit sein? Weil der Straßenverlauf dies erfordert. Nein, der Straßenverlauf geht immer geradeaus, der ist top. Auch die zweite Antwortmöglichkeit, weil eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu erkennen ist, da ist keine zu erkennen. Also kann praktisch nur die dritte Möglichkeit richtig sein. Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte. Ja. Wobei kann sie eine Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat unterstützen? Auch alle Fragen zum Thema Tempomat, ABS, ASR, alles im Leitfaden ganz genau erklärt. Also alle Fragen, die du bekommen könntest in der Prüfung zu diesen ganzen technischen Sachen, alles im Videokurs erklärt. Beim Einhalten einer gleichbleibenden Geschwindigkeit. Das ist übrigens der dumme Tempomat, also nicht der adaptive, sondern der dumme. Und der kann ja nicht so viel wie der adaptive. Beim Einhalten des Mindestabstands zum vorausfahrenden Fahrzeug. Das zum Beispiel kann nur der adaptive, nicht der normale. Bei einer energiesparenden Fahrweise. Ihr PKW hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Während des Abschleppens ist bei Ausfall des Motors die aufzubringende Kraft am Bremspedal erheblich höher. Ist das so? Ja natürlich, denn der Bremskraftverstärker funktioniert ja nicht, wenn der Motor aus ist bzw. der PKW defekt. Während des Abschleppens ist nach Möglichkeit eine Abschleppstange zu benutzen. Nach Möglichkeit, ja, mach. Während des Abschleppens ist zusätzlich die Nebelschlussleuchte zur Signalisierung des Abschleppvorgangs anzuschalten. Das auf gar keinen Fall. Da wird Warnblinklicht angeschalten. Nochmal ganz kurz zu der zweiten Möglichkeit mit der Abschleppstange. Der Motor ist ja aus von einem defekten Fahrzeug und deswegen funktioniert der Bremskraftverstärker nicht mehr. Deswegen wäre es besser, eine Abschleppstange zu benutzen, weil die auch die Bremskraft etwas übertragen kann. Wenn du eine feste Verbindung hast zwischen Vorder- und Hintermann und der Vordermann bremst, dann bremst der Hintermann natürlich dadurch auch. Was kann aus einem zu späten Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat folgen? Okay, das ist wieder der dumme Tempomat. Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Genau, du hast 50 eingestellt, dann kommt eine 30 Grad Zone, der erkennt es nicht, der fährt weiter mit 50. Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit. Ganz klar, du hast ein Tempomat eingestellt, fährst in die Kurve rein, der wird nicht langsamer, der Dumme. Ein zu dichtes Auffahren. Jo, der macht es auch nicht. Oh, habe ich jetzt richtig reagiert? Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit. Ja. Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder auf Autobahnen? Haben wir auch gestern im Stream nochmal geklärt, wie das ist mit den LKWs. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen oder 3,5 Tonnen, mit Anhänger, ohne Anhänger, auf zwei Fahrstreifen für jede Richtung, mit baulicher Trennung, ohne bauliche Trennung, ein Fahrstreifen für jede Richtung, Richtgeschwindigkeit 100, 130. Schau mal im letzten Stream vorbei. Das Bremslicht Ihres Fahrzeugs funktioniert nicht. Was kann die Ursache sein? Die entsprechende Sicherung ist defekt. Ja. Der Füllstand der Bremslüssigkeit ist zu gering. Das Leuchtmittel ist defekt. Also, wenn das Bremslicht nicht funktioniert, dann hat es ein elektronisches Problem. Und da kann nur die Sicherung defekt sein oder das Leuchtmittel. Das hat nichts mit der Bremsflüssigkeit zu tun. Ihr Pkw hat auf der Autobahn eine Reifenpanne. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich muss das Warndreieck in etwa 100 Meter Entfernung aufstellen. Ich muss das Warenblinklicht einschalten und möglichst weit rechts anhalten. Ich muss bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren. Viel Spaß mit einem kaputten Reifen. Ne, auf gar keinen Fall. Also, du bleibst stehen, möglichst weit rechts. Warndreieck 100 Meter vor die Stelle. Und natürlich Warenblinklicht. Und dann brauchst du halt einen neuen Reifen. Die neuen Autos haben kein Ersatzrad normalerweise im Kofferraum. Du kannst eventuell eins dazu bestellen, aber normalerweise haben die kein Ersatzrad. Sie fahren mit 100 Kilometer pro Stunde auf einer Straße. Habe ich schon tausendmal erklärt. 800. Was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahn beachten? Auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn. Das machen wir gleich. Also, wir haben hier eine Autobahn. Zack, 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 zack. Dann, ähm, ne, das ist nicht richtig. Hier brauchen wir eine dick gestrichelte Linie. Diese Leitlinie ist doppelt so dick gestrichelt wie die normale. Und hier kommt der Einfädelungsstreifen. So, wir fahren hier auf dem Einfädelungsstreifen. Da fährt der LKW. Auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf dem durchgängigen Fahrstreifen. Als auf der durchgängigen Fahrbahn. Darf ich hier schneller fahren als der LKW? Ja, da wir eine dick gestrichelte Linie haben und hier auf dem Beschleunigungsstreifen sind. Deswegen dürfen wir hier mit 100 zum Beispiel im dritten Gang auf die Autobahn fahren, während der LKW ja nur 80 fährt. Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt. Genau, also der muss dich nicht reinlassen oder sowas. Er hier hat Vorfahrt. Du musst dementsprechend deine Geschwindigkeit anpassen, um auf die Autobahn zu kommen. Der Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Nein, wie gesagt, das nicht. Und nochmal ganz kurz zur ersten Antwortmöglichkeit. Normalerweise darf ich ja rechts nicht schneller fahren als links außerorts. Es gilt ja dieses Rechtsfahrgebot und dass ich rechts außerorts nicht überholen darf. Aber auf dem Beschleunigungsstreifen darf ich das. Beziehungsweise wenn du die dick gestrichelte Linie hast. Okay, wir sind durch. Perfekt. Dann geh mal die Prüfung mal ab und schau mal, ob wir sie bestanden haben. Jo, mit null Fehlerpunkten. Das ist doch mal wieder schön. Also, wie gesagt, schau mal im letzten Stream vorbei. Sehr, sehr informativ. Und wenn du noch weitere Hilfe benötigst, unter dem Video in der Beschreibung, schau dir mal die Links an. Okay, ansonsten sehen wir uns im Stream. Wahrscheinlich am Dienstag, Donnerstag, Samstag. Immer um 21 Uhr. Und neue Videos kommen natürlich jeden Sonntag um 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal.